Hallo, mein Name ist Julia Haiby. Ich bin Wissenschaftlerin und interessiere mich für die Baktenkrankheit. Ich bin heute in Hamburg auf dem Symposium, organisiert von der NCL-Stiftung. Meine Motivation, mich für die NCL zu engagieren, ist ganz einfach. Ich bin interessiert an die Proteine, die dafür verantwortlich sind und wie die ganze Zelle organisieren. Und ich möchte gerne etwas finden, womit wir den Kindern beitreten können. Vielen Dank.